Ich habe euch getan, aber das hat mir nicht getan. Das hat mir nicht getan. Aber ich zeige es immer wieder. Zugucken und lernen. So, du machst das Menü auf. WLAN aus, WLAN an. Ich habe dann kein Dings mehr. Ja, das ist gleich nochmal so. Und jetzt einmal aus, einmal an. Brauchst das anmachen, funktioniert mein Schatz. So. Danke. So, Leute. Nessi, wir haben deinen Todesfall zu beklagen. Dich. Ich weiß, was mit dir passiert ist. Aber hallo, Nessi, wie geht es dir? Ich weiß, du kannst nicht gut gehen. Du liegst auf dem Boden, auf dem Rücken. Ich habe gar nichts getan. Nein, ich bin wieder ins Game gekommen. Und du bist... Wir müssen den Schuldigen finden. Ich habe ein paar Verdachtsmomente. Hier stehen ein paar komische Leute rum. Das kann nicht sein. So. Aber leider gestorben. Sorry. So. Unser erster Toter. Omni war es. Genau. Und der wäre eifersüchtig. Der wollte es nicht ertragen, dass du da tot liegst. Ne, Omni? So. Das war sehr erfolgreich. Und zwei Versuche. Zweimal durchspielen. So. Oh mein Gott. Lebst wieder. Oh mein Gott. Und ich habe schon etwas umgebracht. Oh Mann. Werde das gedacht. Niemand. So. Spaß beiseite. Wir müssen Kriege führen. Anscheinend kommt jetzt eine interessante Folge von Kämpfen. Wir wollen... So. Keine Rade. Hahaha. 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 War zu schön, als ich gerade, als ich gerade ins Spiel reingegangen bin, weil ich hatte die Playstation, äh die Switch ist ja eher so im Standby Modus als richtig aus. Und ich komme rein und denkst so. Ja. Warum liest du denn so auf dem Rücken? Ich habe mir schon gedacht, dass du natürlich lebst, aber eher so den scharfen Modus aktiviert hast. Und dachte ich mir, naja. Genau. Einen Drachenkristall pro Kampf. Wichtig. Ganz genau. Das heißt Perma... Perma tot, aber nur ein einziges Mal, dass wir in die Zeit zurückstellen dürfen. Danach ist es vorbei. Jetzt hat es noch keinen getroffen. Aber ohne diese Maßnahme wären schon zwei gestorben. Oh nein. So. Ja, ich wollte eigentlich auch schon, aber ich... Ich musste tatsächlich... Ich musste tatsächlich nochmal schnell den Run fertig machen, da ich ihm... bei dir nicht in den Sinn habe. Ja. Na ja. Du bist sehr gut. Das war ein ganzes Mal. Du bist ja. Nie, weil ich mich garst nicht an kommentativen meinen Job, ich habe zuvor. Das ist wie beim Zürich, weil ich mir ziemlich interessiert habe, dass du ledigst. Ja. Du hast nicht gebildert diszipliniert, aber ich weiß nicht so, dass er sich nicht versteckt. Tut mir leid, Omni, es tut mir leid. Ich habe nicht gechillt, ich habe mit dem Großen gespielt. Und dann immer noch der Kleine hat noch eine Kamera geschafft. Was nehme ich denn jetzt? Ich sage, ich nehme einfach irgendwas. Sie hat geschlafen, Omni, ihr geht es gut. Ja, eigentlich habe ich das gesagt, zwischen 17 und 18 Uhr. Eigentlich habe ich das gesagt. Weil es schwer abzuschätzen war. Aber sonst seht ihr das ja, wenn ich online komme, habe ich geschrieben. Gold, Mari? Leer? Gut. Da spielt nicht hier nebenan irgendwas. Dann höre ich über den Kopf an. Ja, Samstag bin ich nicht arbeite. Da hast du natürlich recht, Omni. Du weißt aber, dass ich im Moment nicht arbeite. Deswegen könnte sich das verschieben. Weißt du, es gibt so Leute, die heißen... Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du meinen Streamplan ändern kannst. Ich glaube nicht. Hast du mal Glück gehabt. Jetzt heißt es, es gibt so Leute, die könnten das ändern. Die nicht ich sind. Aber du hast recht. Ja, letztens gegen 17 Uhr, gegen 17 Uhr, gegen 17 Uhr, plus minus. So. Du kennst mich ganz genau, Omni, ne? So. Nee, hab ich ja nicht so plus minus 10. Sie sind welch neuen Streamer. Ja, gehen wir! Die beiden zusammen! Ach so, das meinst du? Ah, okay. Ah, okay. Ich finde es, wir hätten auch mit ihrer Familie sind. Aber... ... dass du nicht so gut lächst... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, dass ich mich sehr empfiehlt. Ich habe mich sehr nervös. Das ist für mich, dass Marus hier sein kann. Ich bin? Wenn ich mich, dass ich mich und meine Freunde, dann wird mich, dass ich mich und meine Freunde kommen. Ich bin immer wieder bei mir. Ich bin nicht weg. Bis zum nächsten Mal. Und wie viel malen bei so einer Rettungsaktion, die irgendwie heißt, wir retten denjenigen und verhindern das Ritual, wie oft funktionierte das in der Vergangenheit in Spielen oder Filmen? Ich vermute nicht so oft. Ich vermute nicht so oft. Nein, aber nicht. Ich habe nicht gesehen, dass ich mich in der Zeit verletzt habe, und ich habe mich in der Zeit verletzt. Die Frau ist tot! Wo ist der Mory-O-O-O? Ich denke, dass ich mich nicht erzähle. Ich denke, dass ich mich nicht erzähle. Herr Schindler, ich bin in der Zeit. Schuhe, ich bin der Schuhe. Ich muss das, was ich zu machen. es ist muss man das kommt gleich noch Ich weiß nicht, ob es nicht möglich ist. Ich bin mit dem Hügel. Ich bin mit dem Hügel. Ich kann nicht wegwerfen, aber ich kann nicht wegwerfen. Der Diermant, der Starook. Ich bin ein Zeug. 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 Singt am Zeug oportunidad. Schau. Das ist những Hügel zur Ruhe. Das ist eine Schummer hier. Der Quג und der Kug. Das zwei Dinge. Ich will den Pupiders hin. Ich will den Kugel heruen. so gehen wir haben wir das ist okay ein bisschen opferbereitschaft ok ich weiß gar nicht was das dauert 50 stunden circa also das heißt so 40 bis 60 126 kapitel ja kommt drauf an also eigentlich will ich es einmal durchspielen je nachdem ob verspoken und gut ist oder nicht will ich das mal weiter spielen will ich das ins spiel je nachdem was man ansteht ich will es auch noch mal fahrt probieren aber das ist wirklich hart also das ein kampf gegen ein eine in einem element was gegen mich irgendwie trifft es tut das ist Und dann sind wir jetzt bei welchem Kapitel waren wir jetzt. Marte steht dann im Buch aus Führte Einheit auf einem Feld mit magischer Artillerie, wird er mit viel Abfeiern angeben, vielleicht mächtige Angriff, Duster, Blablabla, Hammer. Das heißt, der hier muss weg. Die könnte rüberfliegen und die anderen kann ich rüber teleportieren, also muss man aufpassen. Oh ja, das mit der magischen Artillerie wird richtig ätzend, speichern. Welches Kapitel haben wir jetzt? 10. Neben abändern. Kapitel 7 und Kapitel 10. Okay, das heißt, vom taktischen Standpunkt her müssen wir uns ganz schnell rüber bewegen. Damit die Artillerie nicht abgefeuert werden kann. Also wenn ich mich rüber teleportiere, heißt das aber auch, dass ich vermutlich von mehreren angegriffen werden kann. Also wenn wir jetzt nicht rüber teleportieren, heißt das aber auch, dass ich vermutlich von mehreren angegriffen werden kann. Also entweder sie oder die andere Kämpferin, die andere Kämpferin wird aber zu nah rankommen, das heißt, es wird noch mehr Ärger geben. Ich komme aber auch nicht mehr weg mit ihr, wenn ich da einmal drüben bin. Okay. Das ist noch ein Schwert gegen Axt, Axt gegen Dings. Dann gehen wir erstmal da rüber und hauen den mal hier weg. Wir gehen gleich mit voller Angriff rein, um so viele Gegner gleich wegzuhauen und so schnell wie möglich da irgendwie ranzukommen. Der überlebt das echt. Das ist ja krass. Die kann man auch klicken lassen, was unpredictable ist. Dann machen wir eben mal ein bisschen schon mal hier weg. so schnell wie ich nach vorne kommen okay magische artillerie hat auch eine reichweite das heißt wir müssen aber bereit sein dass wir dahin gehen ok kann man sich überfliegen okay kann man sich überfliegen ok teilen wir mal unsere truppen mit rechten rechte seite haben wir schon mal eine linke seite schon mal sehr sehr gut bedeckt hier mit viel verteidigung das wäre schon wieder kritisch geworden besonders gegen drachen stark da war zweimal vor angreifen haben heiler auf unserer seite es wird schon klappen ok also kann ich trotzdem den stab benutzen also stab pflege ok los anna ja das fand ich schlecht da hat sich schon gut reingeballert hier das schwert ist echt schlecht insgesamt sind sie nur als ob die uns treffen würden aber das schwert man nicht viel schaden hat zwar jetzt dafür natürlich einen fernkampf modus ist natürlich nichts zu verachten ist aber es ist noch mal aufwerten wobei ich kohle habe ich habe ja die drachenformer das ist eigentlich auch egal aber ich bestehe drauf jetzt einfach ok wir müssen erstmal hier irgendwie mal platz machen die kleine gold marie ok muss aufpassen da ist sogar einmal ausgewichtiger aber nicht nochmal das kleid wir lassen ihn mal hier stehen aber dann kriegt er vielleicht nochmal schaden ab jetzt noch außer reichweite so jetzt müssen wir ihn hier vorlassen ein bisschen reichweite stellen reicht das von hier aus vermutlich da gleich rüber schicken das video ist meins los geht's meine schätze sind wichtiger als eure leben ich werde euch dessen bewusst das wird sehr gefährlich hier haben wir drei auf einmal oh man ich trau mich nicht ist ja mega krass was ist schlecht gegen ihn er ist ein axtkämpfer ich finde das schwert schlecht da sind aber zwei schwertkämpfer ich muss da irgendwie rein ne ich hab keine wahl ich muss eigentlich den hier ausschalten also das würde klappen dann muss ich sofort rein rennen mit ihm und wenn ich hier den weg versperre das ist ja ein richtig großes risiko ne ich könnte hier erstmal extrem viel verlieren dann könnte ich mich auch noch rein teleportieren halt ne ok wir testen einfach mal ich hab ja ein äh ein ding ist tatsächlich frei dann nehme ich nochmal mars als bindendes einfach nur damit ich die die äh die abwehr noch hab soo soo Die Starkste ist eigentlich noch besser, ne? Ja, das ist natürlich schlecht wie das, weil... Die Wurfachs macht einmal 17 Damage, das heißt, ich stelle mich vielleicht da hin. Ich kann nur den Wurfball nur einen erwischen, ne? Aber dann würde ich nicht im Weg stehen bei ihm. Für sie wäre gefährlicher. Next. Ich will die Schätze aber noch haben, ne? Da kriegen wir schon hin, ey, komm. Ja, Rittertot reicht. Okay, so könnte es nur einer erwischen, das ist tatsächlich sogar sehr gut jetzt gelaufen. Wir teleportieren sie jetzt da rein. Sieht echt super, ja. Und teleportieren sie jetzt da noch rein. Es kann schon zwei angegriffen werden. So. So. So, dann... So, dann versuchen wir ihn jetzt nochmal die Dings zu lenken. Heiliges Schild. Dann kriege ich einen Fernkampf, kein Damage. So, gleichzeitig hier noch einen kleinen Köder auszuwerfen. Wo, okay, ich konnte mir gar nicht in Reichweite. So. 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 So, so. So. sehr gut. Genau, das habe ich erwartet, aber er hat extrem schlechte Chancen zu treffen und durch Mars. Auch er kann sie kaum treffen. Ja, das hätte ich nicht gut, dass es nicht gut ist. ok ja sie ist ja schon unsere lüterin also wir brauchen aber unseren bogenschützen jetzt hier wir erstmal den hier runter ballern können mit einem schuss dann gleich den boss ein bisschen auch noch cool sie kann sich gegen wehren, ne? Schwertfähigkeit dann stellen wir sie nicht da jetzt hin ja, snack noch ein paar xp, aber wir müssen eh noch ein zweites Leben wegballern, ne? ja, versuchen wir gleich mal beides zu machen kann ich wegbewegen ach so, weil sie mich gedingst hat, ne? du hast jetzt Schwert-Schwert-Schwert-Kampf erreicht es ist ja natürlich gut, wenn sie jetzt ein Leben wegballern können, dann könnte sie sich das andere aufschlafen ja ja, ich will eigentlich Dings machen sieht doch ein Buch, oder nicht? mhm gleich, Mann Schatz, ok ja, Schatzi, du bist nicht verhungert, ne? du wärst ja gut erst da weil du meine, du hast ja, du hast ja, ich will nicht wir haben vor ein halb stunden gegessen und ein berliner oder? ja so viel hunger kannst du nicht haben, deswegen gesagt du bist satt mein schatz, das kannst du eben gedulden, der jetzt noch eine halb stunden schon wieder hunger ist ne das kind noch bisschen satt ja, gibt noch einen berliner obendrauf, da ist den ganzen teller Mittagessen und jetzt soll ich noch hunger jetzt schon mal langweiler ok, können sie jetzt vielleicht noch einmal umhauen hm, wie wird einer überlegen und man das nicht ist wie geht hier sind auch das der der nur der hat also hier neuladen allerdings machen okay und die meiste zähle ich ganz gerne wo war sie jetzt eigentlich wo erzählen wer war sie noch mal wie sie ja deswegen funktioniert nicht also ich sehe wo sie hingegen ist also zack 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 und da ok das ist ab da sie kann sie tatsächlich wegballern sofort ich kann sie immer wegballern ich kann ja nicht weg und sie angreifen da habe ich mir das alles jetzt selber gerade verbaut zwei angriffe 1 10 ich kann mich so hinschneiden dass sie nicht rankommen wenn sie durchlaufen hier stelle noch ein paar opfer lämmer hin dass sie bloß irgendeinen armer angreift ich muss hinten im moment ich muss hier nur den links abnehmen den den laufweg abschneiden ok dann krieg ich sie noch retten aber wenn ich jetzt noch mal aufzählen ok dann kannst du jetzt nicht mehr angreifen ok ok denn haben wir auch noch gerettet irgendwie aber die waren noch schuld und haben ein problem aber ich mal sehe dass ich hier und anderen nimmt dass ich nicht mag Okay, Gott sei Dank, dass du noch einmal angreifen kannst. So. So. So, wir brauchen jetzt auch mal ein bisschen Heilung hier. So. So. Wer denn mal der geballert? Ah, ah. Keiner hat die andere getötet, aber das ist nur noch das Wuschtraus. So, jetzt ab in den nächsten Raum. So, Siegel ist mal gut. So, wenn man die Wunschung mit dem Wunschung erinnert, dann kann man das nicht mehr verletzen. Wenn man die Wunschung mit dem Wunschung erinnert, dann kann man die Wunschung mit dem Wunschung erinnert. Ja, ne, ist klar. Ist das denn eine Reichweite? Ne, das ist nicht so eine Reichweite. Von wem ist das die Reichweite? Doch, da kann man von besser hinten schießen? Kann man mich rollen oder was? Okay, wen finde ich nicht so geil, dass ich ihn opfern kann, um mal zu testen, was ja einen Schaden macht. Die ist an dem Strich. Weißt du, die ist noch nicht drin. Das Schwert war gut gegen Axt, da müssen wir tauschen. Machen wir sie da hin. Aber Axt ist auch da, ne? Machen wir ihn da hin. Und Anna schafft das schon. Wenn es Anna nicht schafft, ist es nicht auserwählt, Omni. Wir haben das Thema schon durch. Was? Was? Sie steht vor dem Strich, nicht am Strich. Ganz ehrlich, ne, verwirrt mich. Das ist ja ein Traubenpflicker. Da kommt noch neue Sachen um die Ecke, die ich nicht verstehe. So. Guckt ihr, guckt ihr Anna gleich an und guckt mal, ob sie Probleme hat oder nicht. Ich habe ihr Emblem gewählt. Oh Gott, er ist das? Oh, er trifft eh nicht. Okay. Guckt ihr sie jetzt mal an. Wo, 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 wo war jetzt das Problem? Wenn du an Anna geglaubt hättest, Omni, ne, wäre es kein Problem. Dass du ihr misstraust und glaubst, dass sie nicht an der Frontlane stehen kann, ne, ist echt traurig von dir. Ja, weil du nicht an sie glaubst, Omni. Ich mach da alles locker alleine platt. Du sollst meine Fähigkeiten nicht... Du weißt, dass ich entscheide, ob sie lebt oder stirbt. Du sollst nicht an mir zweifeln. Es könnte sich auf ihren Körper niederschlagen. Hat Axt, also bräuchte ein Schwert, ne? Kann man einfach jetzt den Löwen machen, einfach. ... ... Er glaubt, er misstraut mir, das heißt er muss immer wissen, wen er da, wen er da seinen Misstrauen ausspricht. Der, der Anna in der Hand hat quasi. Ich kann sie nach links bewegen, ich kann sie nach rechts bewegen, ich kann sie den Gegner rein bewegen. Eine Bodenschützer ist cool. Die schützt definitiv gut den Boden. Kriegen die eigentlich Schaden, wenn sie in dem Feuer stehen? Oh, Schaden, echt, die kriegen sie Schaden drin? Dann gehe ich mir lieber raus da. Das fanden wir irgendwie nicht so gut zu sein. Das war's für mich. wir warten erstmal ab würde ich sagen jetzt kriegt er erstmal 10 damage in der runde aber Anna lauf achso hat gar nicht Anna angegriffen ich habe tatsächlich Angst weil hier ab hier trifft mich der Typ oben Schaden 15 ich weiß ob es wirklich der Schaden ist ob es mehr Schaden wird aber ich muss echt aufpassen keinen Fehler mache ich habe mein Ding schon verbraucht mein Drachenkristall naja er darf sich das angreifen machen wir es mal anders er ist erst mal kaputt so Wir warten noch eine Runde, bis hier die komischen Knirche ankommen. Achso, die kommen jetzt alle, das ist gut. Dann können wir erstmal warten, bis sie alle da sind. Oh oh. Er kann sich auch bewegen, das ist schlecht. Okay, müssen wir mal gucken, was passiert. Also nehmen wir den hier. Ich greife erstmal einen von den beiden, macht sich erstmal tot. Dann nehmen wir den nicht noch weiter nach vorne. Als extra. Gut. Ich würde es probieren. Sie gibt halt ein echt gutes Ziel ab, mit ihr kommt man relativ schnell nach vorne. Wen sucht er aus Omni? Nissi! Nissi Omni! Sie ist tot. Okay, mein erstes Meistersiegel war völlig. Okay, ich bring euch alle um. Seht mal, er hat wegen ihm einen komplett Meister verkrackt. Dafür wird er sterben. Ist er gerade allen ausgewichen? Holy shit! Keine Sorge, Anna ist auch in Reichweite, macht mir mal keine Sorgen. So. Hoffen wir mal, er stirbt, ne? Wird mich auch nicht gut leben, um 35 abzuwehren. Achso, dass sie das auch geschafft hat, ne? So, ich kann sie nochmal schützen. So, sie kann hier nochmal angreifen. Ihr dürft jetzt deine Dinge eigentlich nicht benutzen dürfen. Jetzt nochmal hintereinander. Also, ihr habt vielleicht ein paar Sekunden Zeit, um hier das Platz zu machen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht er damit, ne? Ne, ich bewahre das lieber nochmal auf, die Fähigkeit. So, ganz nach vorne. Ihr könnt eigentlich nur aggressiv vorgehen und versuchen, das Ding jetzt irgendwie schnell umzuhauen, ne? Oh nie, warum ist sie geworden? Ich hatte Mars dabei. Eigentlich hätte sie 1-1 ausweichen können. Der tritt doch alles, ne? Das liegt bestimmt in seinem rotzigen Emblem. Gleich, Anna darf ihn gleich vernichten. Okay, wir müssen nochmal, wir müssen den einmal runterballern mit irgendwie. Wir müssen auf jeden Fall heilen. Dann muss er sich einfach rein. Wir müssen auf jeden Fall heilen. Wer kann nicht angreifen? das können wir gleich einmal kurz runter hauen er will er macht immer zu wenig schaden und oder drachen form so nummer eins jetzt muss man den weg gehen oh man jetzt bin ich angepasst dass genau sie auch noch stirbt weißt du weil die die mein meister emblem bekommen hat ja kann sie an der auch sage ich mal links hier schnell du kannst ja natürlich einfach einfach selber so man kann sie einen neuen machen also du kannst ja einen neuen reiter machen aus irgendeiner form aber ich habe sie halt zum meister meister das meister siegel verbraucht dadurch haben wir jetzt natürlich eine klasse schlechter ich ärgerlich hätte jene angreifen können ja gut ein meister siegel haben wir jetzt wieder so reiter ist tatsächlich gar nicht so schlimm einfach nur das meister siegel quasi verbraucht haben so jetzt können wir noch mal eine neue kategorie tote ein so diamond Ich bin mir nicht so sicher, okay, jetzt habe ich einen Platz 2 quasi. Ich muss gleich mal gucken, wir haben ja schon ein paar kleine Szenen, ich schau mal wer da drunter fällt. Was ist das Mädchen da? Wer ist Ivy? Also wir haben ja nur einen verloren. Achso, ja klar, die habe ich ja gerettet quasi mit dem mit dem Dings. Ja. Oh, Somburu-Sama! Ja. 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 Ich bin nicht mehr so, wie sie sich nicht mehr an. Ich bin nicht mehr an, ich bin nicht mehr an. Ich verstehe. Ich habe das Geheimnis. Ich werde dir das Geheimnis. also man hätte in dem in dem teil wo das alles passiert ist hätte man eingreifen können vielleicht aber okay ich kann einfach abwarten was passiert ich habe gesagt du wartest bitte du wirst nicht verhungern oder wann hast du gegessen zwei stunden vollen teller und bilder ich habe ich gesagt okay und nächstes mal ist du bitte mehr sonst gibt es ärger aber wenn du nicht satt bist dann halt ist du weiter okay natürlich ist sie das überraschend steht irgendwo in der pampa hat irgendwelche hat irgendwelche das schnell ketten und so weiter an sich dran das kind hat vor zwei stunden gegessen ganzen teller mittagessen und und berliner ich esse zweimal am tag oder wenn ich glück habe dreimal mann 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 das ist jetzt auch mal was über das kind dass das Kind nicht genug isst, also zum Mittag erst nicht genug isst und noch was Süßes am Ende kriegt und trotzdem noch zwei Stunden hat. Nee, bei ihm nur, wenn er nicht wirklich isst, bis er satt ist. Ja, das ist das Schlimmste. Die Stimme kenne ich auch, wenn wir Herr Omni aus irgendeinem Anime. Die Stimme von dem einen definitiv, schon ganz oft gehört. Und das ist das Schlimmste. Ich habe es nicht mehr Zeit für dich. Ich werde das hier verletzt. Alle, uns mit den Wunschluss! Ich bin hier. Ich habe die Wunschluss. Der Wunschluss... Ich habe die Wunschluss mit dem Wunschluss. Ich habe mich mit dem Zeppia zu sprechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Das ist ein SDS. 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 Das ist eine SDS. Das ist ein SDS. Wir haben eh keinen Drachenkristall. Ich finde es schön, dass hier so viele Leichen liegen. und ich habe keine emblemen cool und jetzt die guck mal von omni und wir haben noch die dlc emblem ha ihr könnt uns nicht wegnehmen so gesellin kriegt auch noch einen neuen jetzt richtig zum schläger mit ihrem schwert so stimmt sie ist selber krass genug so anna braucht hier mehr glück weil bei mehr glück kann sie links hier kriegen wir geld okay let's go die musik finde ich auch cool richtig richtig blues musik alles verzehrt ja nur als fähigkeit ok erstmal dings hier drauf schießen dann haben wir den anderen um ok 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 Das war jetzt so eine richtige, ne, verkackte. Musik. Also. Ich glaube, es ist ein Funder mehr, ne? aber kommt nicht ganz weg das finde ich erst ein gutes ende nicht Das war's für heute. Hmm. Das stimmt allerdings auch nicht. Jetzt haben die alle Ringe, ja. Wir haben nur unsere DLC-Ringe, weil, ja, wir waren eben DLC-Ringe. Naja, nur weil sie diese Kräfte haben, halt, können, 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 kann die jeder benutzen. So, witzig kann sie eigentlich nicht jeder Duke benutzen, aber in dem Fall, ja. So, witzig. So, witzig. So, witzig. es gibt mir immer einen bruch ein verdammten emblem theoretisch ja das stimmt da unten warten nicht noch ich auf uns das stimmt das stimmt ich habe schon rückwärts laufen hier und dann versuchen abzuhauen dass er mich von deinem auch treffen kann kriegen alle auf die ringe ja gefällt ja 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 ne da war nicht das das große Kind war das Problem, dass er ein Dings hier hat und dass er die Tür leicht offen gelassen hat und dass die Kleine die Tür aufgemacht hat weil sie eben noch leicht an den Dings hier angelehnt war und sie dann natürlich die Finger, so wie es die Kinder machen und weil sie über die Tür wieder zugegangen ist, unter dem, unter der Tür hatte und wenn der Große natürlich kommt und sie nach oben zieht, wenn noch die kleinen Finger drunter sind, ist das natürlich schlecht, deswegen muss man natürlich das Kind nach hinten ziehen erstmal und dann nach oben, er war jetzt nicht schlimm halt, hat sich anscheinend nicht viel weh getan, er hat sich anscheinend nicht viel weh getan, er hat sich nicht mal, weil sie danach sofort aufgehört hat, aber ja aber ja so so also dass die Kleine sich da unnötig weh tut, er weil er die Tür offen ist nur mein Handy runtergefallen so so das ist das, was keiner, Omni ich wollte gerade sagen, Anna braucht irgendwo keinen Schutz gemacht, über 100 Schaden so 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 Das war's für mich. Er ist mir in die Hände gefahren. Okay, ich will erst mal das N-Gage sehen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus. Da muss noch ein neues Emblem her, ich will wieder Tiki wieder haben. Ich glaube, wen töten wir denn jetzt? Ich bin mir jetzt mal. Fedmier so schnell zurückziehen hier weiter was war was hintergrundgeräusche ich kann auch nicht der kopfhörer auf das ist der große da gerade mit der kleinen spiel so ich habe bock mal die die oben umzubringen das mache ich irgendwann noch mal da wird erstmal richtig gelevelt vorm Kampf die sind nur level 23 schaffe ich doch locker ich hole lieber ab okay ich muss glaube ich die anderen bringen die gemeistersiegel erstmal schönbruch der locker hat zweihand axt so nur ein schwertchen so eine schmetterwaffe das heißt immer zu so mehr schaden kago no machine wir machen die auch noch platt weil die geben anscheinend meistersiegel die beiden soll ich jeden fall mitnehmen wenn ich kann mehr kann man gleich noch upgraden weil ich muss der reichweite ich habe ihn gar nicht gesehen der fiel mir gar nicht auf der typ ach so was sind die doppelgänger ich habe ja schon was gleich mal ich dachte da gar nicht so drauf was man hier gerade ich bin selber um war nur doppelgänger ich dachte sogar warum hat die nur neu leben warum ist die schon tot aber dann dachte ich ja okay einheiten details dann siehst du das was er droppen kann okay wir bringen einfach roi um und so vielleicht nehmen wir nochmal ein siegel ich bin doch nicht wirklich ich bin doch nicht schon als abgeordneter muss ich da ariane reinschmeißen ja kumaschen Kassel-Kisschen. Dann gehen wir wahrscheinlich dann mit einem Akarian da rein. In das Feld. Das reicht, wenn ich da irgendeinen reinsetze. Und sehe ich da irgendwo den... Ach so, Akarian kommt. Okay. Muss ich da erst rein. Level 23 wird schon schwierig, glaube ich. Okay. Und dann kann ich es eigentlich abbauen. Okay. Okay. Dann kann ich es eigentlich abbauen. Okay. Ach so. Ah. Okay. Ich mache kurz den Drachenkristall einmal zurück, ne? Ja, und wenn ich die Taste gedrückt habe. Und ich keine Lust hätte, jetzt nochmal eine Runde zu warten. Ja, okay. Ich glaube es stimmt. In dem Kampf habe ich es aber gar nicht benutzt. Oh man. Gut, dass wir unsere DLC Embleme noch haben. Gute Idee Omni auf jeden Fall. Wie? Was ist das? Oh mein Gott. Und das war doch mal ein schöner Twist. Im Moment ja, Omni. Ich mag sie, die ist relativ optimistisch. Ich mag optimistische Menschen, die Ziele haben, sowie Verbündete ausweiden und ihre Sehnen zerschmettern. War es? War es nicht sie? War es? Es ist nicht eure Schuld, es ist die Schuld von dem bescheuerten König, der sich auf ein Duell 1 gegen 1 einlässt, wegen seines Stolzes, der dann verliert. Deswegen dann der Dremondrache wieder weg wird und den beiden idiotischen Sohnen, die nach Edelsteinen benannt werden, die genauso cool innen sind, wie wahrscheinlich die Steine, und wir deswegen zur Quartetrale gelaufen sind. Ja, gut, dass ihr jetzt auch einen seht. Achso, tut mir leid, Omni. Das wäre höchst unlogisch. Ivy ist mein nächster Love Interest. Und wer auch erst hat er nicht so ein Idiot gewesen, also ich kann ja auf dem Duell eingelassen. Ich tausche euch beide gegen Ivy. Tschüss, 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 tschüss. Nein, nein, das ist nicht so, dass ich nicht so, dass ich das auf dem Duell verabschiede. Ich kann nicht so, dass ich da. Ich kann nicht so, dass ich noch nicht so weit weggegeben. Ich kann mich nicht mehr auf dem Duell nicht mehr treffen. Ich kann mich verabschieden, dass das Blodias geöffnet wurde. Ich kann mich nicht mehr, dass ich wiederum... um zu lernen, wieder aufzustehen. Heuleise Chantal. So. Omni, neuer Quote. Heuleise Chantal muss ein Quote sein. Und der scheint sehr vielseitig einsetzbar zu sein. Das ist das. Das ist das. Das ist das, was ich nicht alles verletzt habe. Ich kann mich nicht vergessen, dass ich mich nicht verletzt habe. Lin, Rukina. Guck mal, guck mal, Omni. Ich kann sie auch nicht recht machen, weißt du. Ich nehme mir Arbeit ab und übertrage sie dir, weißt du. Und sie meckert mich trotzdem an. Also ganz ehrlich. Ja, taktischer Rückzug ist immer unterschiedlich. Sehr gut. Und sofort benutzt. Ah, der Quote-Battle. So. Und erst mal schon den Salz in die Wunde. Ich kann mich nicht sagen. Aber. Bei uns. Was war das? Würdest du auch immer so sagen? Hallo. Äh. Ja. sistemas. Was glaube ich. Ich glaub ich mir, dass ich noch ein Ergangspunkt habe. Ja. ich habe einfach mal einen random rausgehauen Trainingsmontage Chloe war aus Versehen erinnert mich an die laufende Werkbank Nessie Sie haben keine Läufende Sie haben keine Sie haben keine Sie haben keine Sie haben keine Sie nicht Sie sind lange weil ihr spaß habt der hund ist ja wohl voll süß also jetzt mal ganz viele emblemen das haben wir ja was hat was hat sie denn eigentlich an fähigkeiten das müssen wir erst mal checken hier schwert und bogen schwert habe ich aber schon ach so wir tiki in der edelgard sondern wir anna ist sie um die konzentrieren wir zu leben haben erstmal geht aber nur schwert die hätte hier diesen super buchen das heißt wer das nahe kampf und fernkampf also starken fernkampf und das doppelgänger machen und ihr ja du schien daneben ja du hast hier eine fähigkeit mit dem bogen benutzen kann es mal nicht weit weg schießen kannst und hast eben ok ach so stimmt wieder geklärt ok du kannst es verbreiten alvi hat mich überzeugt so jetzt kommt wieder das blame game nennen wir es ist aber noch krasser das müssen wir gleich mal gucken ist jetzt erstmal für gespräche wieder haben und so weiter darüber haben okay dann natürlich klassen wechsel sehr schon die armen sieht ja schon denkst du naja stimmt andere wollten wir noch machen also klassen wechsel jetzt was du hält mit speer haben ja oh man hier macht mich beide fertig keine eisengroßachse mehr benutzen du wolltest aber ein speer haben richtig trotzdem noch ein schwert mitnehmen ich habe ja noch ein starkes ok machen wir nicht das schwert und es passt so dann könnt ihr mal gucken was haben wir noch ein level ziehen wir im lord in den level 17 warum sehe ich so krass möchte ich mal wieder in den level gehen was ist so sie konnte ja nichts anderes nehmen dafür braucht sie ein zweiziegel ach so sie kann mit klasse 21 kann sie die klasse kannst du jetzt anscheinend nicht noch mal ich guck noch mal warte nee noch nicht es kann natürlich sein dass noch etwas dazu kommt doch ich bin mir nicht sicher es gab vor gab es noch mal mehrere optionen aber kann ich jetzt nicht in dem spiel sagen blind wo ich muss jetzt noch ein bisschen was verkaufen wir haben nicht nur gold ich kann euch dann die dings erweitern und kann auch mal die klasse wechseln hübscher kiese also dann zum weg lang sperr behalten verteilen behemmlichkeiten eigentlich noch also so viel geld geben das heißt aber da war weg gekauft hier so lange bogen sich krass an das haben wir jetzt hier allerdings an option haben wir noch mal mehr an ok ein meister siegel ein zweit siegel käse das noch mal kauf noch irgendwas ok das heißt das machen wir vorrat so also planung was kann der da werden eigentlich der knee ich hier was haben wir für option thron erbe okay das ist jetzt nicht schlecht wenn ich aufpasst ja dann erstmal hier magier erstmal das hier so 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 Ich brauche noch eine Berserkerin, eine Berserkerin fand ich schon ganz cool, so brauche ich aber Axt, Axt habe ich momentan nicht? Richtig doch, Moment habe ich, Axt, der 90 Stärke dann, dann muss man kurz mal gucken, dann muss man ja mal schauen, dann muss ich ja doch das Dings geben, die hatte doch glaube ich Axt, ja Axt mit Level 6, ok, Wanda gibt ein Emblem weiter, so jetzt können wir noch mal einen weiter machen hier, Axt fand ich ja schon ganz cool, die aber auch, was haben wir jetzt noch an dem Meistersiegel, warum konnte der eigentlich seine Klasse wechseln? Rittmeister war glaube ich schon einer, ne? Machen wir das? Ja, war schon erfahren, ok. Die Dame hier, noch zwei Meistersiegel, ja, ok, machen wir, aber der kriegt immer anständige Kleidung, ich kann sie ja tragen, oh Gott, sieht noch schlimmer aus als vorher, Was ist das von der Links hier? Ja? Kita猜 das schon. Ja. Ja. schweizer schwertkavalier aber schwertkavalier ist auch blöd geritter ok so dann haben wir noch eins dann nennen wir hier bogenschütze scharfschütze wird erstmal rausgemacht achtskämpfer also von wegen sniper noch irgendwo hinten stehen diese war mal cool aus die zeigt ihr bauch volksritter was auch cool so zwei siegel was anderes sie warten noch danach kann ich noch zu was anderem machen haben wir erst mal genug getan so ich würde mal ein schwert upgraden das stört mich bei das ist vielleicht damit schmerzt gleich muss viel gold ne ein bisschen leveln gehen hier So keine Zeit hier, müsstest du leider machen. So, Enzyklopädie, Unterstützung, ja da noch ein bisschen. So bei den anderen Leuten ist mir jetzt egal, bei den anderen was ich mir auch gerade lade. Achso, Edelgard, okay, so, let's go, ich hab kein Geld, lass mich in Ruhe, bin noch arm. Hier, er ist, er ist richtig, der Sir, mit coolen Klamotten. Oh, guck mal, perfekt. Ich schätze mal, wir müssen, das Problem ist, Anna, Anna hat eine super Fähigkeit halt, deswegen müssen wir sie ganz viel töten lassen, weil, sie hat halt die Fähigkeit, Bombengeschäft, eventuell 500 Gold, ne, wenn sie den Gegner überlegt, Chance sind, Prozent, mit Glück halt, wir müssen halt ganz viel Glück auf sie raufballern, dann können sie mal 500 Gold farben bei den Gegnern. Allein habe ich hier nichts Tolles, was ihr helfen würde. So, sie müssen ja auch wieder schützen, er hat keinen Bock, dass sie nochmal stirbt. Also Chloe 2 halt, ne, die Behändlichkeit ist besser bei Yunarka. So, das heißt, hier ist Glücks-Item, das müssen wir quasi ihr geben, dann kommt sie alle klar. Okay, so, jetzt sind wir auf den Nachrichten, Würmreiten. Jetzt gucken wir uns mal an, dann machen wir gleich irgendwie noch so eine Nebenmission, wenn wir ein bisschen Geld kriegen können, ich muss irgendwie meine Waffen noch abholen, ich brauche Kohle. Kannst jetzt Weihwandreiten spielen? Ja, ja. Ich spiele gleich was ganz anderes. Hörst du? In Asuma Eleven. Ja, das ist das. Sie müssen die Mission auch dann in Dings machen, in der zweiten Stadtding, weil da haben wir nämlich so und so viele Spenden gehabt. Ja, dann noch ganz viel geleuchtet, aber egal. Kann ich glaube, hier nicht verkaufen. Geht da, gehen wir hin. Da sehe ich doch Gold. Was ist das? Basisklasse Level 19. Alter Schwede, ich bin richtig Behind'n Level. Level 14. Ja, kann gehen. Ja, weil ich ja keine Nebenmissionen keine normalen Trainingseinheiten mache, sondern einfach nur Bäm. Kleiner. So, wir müssen noch Anna auf Fläche tüten lassen. Welche Einheiten sind da? Wer ist das? Kann ich nicht. Ach der da. Warum ist die nicht? Ach so, die heilt, ne? Ja gut, okay. Wir haben keine Heilerin sonst mehr, weil wir die Ringe verloren haben. Also ja, aber ja, wir können den Hauptperkter rausnehmen. Nessi. Wir wollen. Warum steht sie nicht ganz vorne? Mahigaer. Danke, danke. Vielen Dank. Geht's wieder. Hörst du einen康 shamee? Du bist dir? Asi. Schüren. Hallo, ich bin da. ich habe gar nicht noch nicht ich gehe jetzt mal wieder ich gehe jetzt mal wieder Okay, das ist vielleicht zu Risikoreich, ah passt schon, wir haben ja noch ein Drangkristall zur Not. Ach sieben Schaden, kein Problem. Warte wir gucken, wir kämpfen gleich mal mit ihr, wir schauen gleich mal. Ich sage euch, die kommen jetzt alle auf einmal, da muss ich aufpassen, oha, okay, da sind ein paar Einheiten. Okay. Das war's für mich. Das ist ein Cape ja, ein bisschen ein Held. Ne, braucht ein Cape Omni. Ich bin da erwartet. So, Junarka können wir noch mit Level 21 ändern. Das stimmt. So, das ist so. 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 So, jetzt hat's das so. Ich hätte, wenn ich du wäre, hätte ich Dings auch behalten. Ich verstehe auch nicht, warum es war. Ich fand Dings total geil, Berserker. Aber naja, du wolltest ein Held sein, du bist ein Held. Ich bin nicht. Ich bin nicht. schon gewesen. Wir gucken gleich mal. Jetzt kannst du gleich ein Held sein, weil jetzt wird es ganz schön kritisch hier in unserer einen Ecke. Das war Anna von seinen Held. Hm. Oh, okay. Ja, das ist gut, wir sind sofort dead. Hilft man lieber hier aus? Wie gesagt, ich fand, dass wir das overshade machen, aber ich fand, der Sarka war richtig geil, hat jetzt sehr gute Ausweichmöglichkeiten durch Mars und hat einfach auch mega damage rausgeballert. Jetzt hältst du wahrscheinlich mehr aus und so weiter, aber... Ich würde sagen, du kannst dir irgendwann noch was aussuchen, aber erstmal muss ich jetzt die ganze Kode zusammenkriegen hier und zusammenbehalten. Erstmal irgendwie in der kommen, also ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Vielleicht muss man hier die eine Seite stärken. Ich schieße dich einfach in der Himmel weg. Ich würde mich nichten... Ich würde mich nicht gegen die Entscheidung spielen. Fast. Ich würde mich nicht für eine ganze Menge zurückgehen. Ich würde mich aber nicht für mich über die Zeit nehmen. Ich weiß nicht, wie viel Heizung kostet im Stream, weil du denkst, das ist günstig, ne, weil du zuhause halt nur arm wirst, wenn du ein bisschen heizt, aber im Stream, ey, ich weiß nicht, wie viel Serverkapazität das kostet, weiß nicht, ob wir das können, oh, sorry. Ich stelle jetzt mal hier hin kurz, weil sie hätte gute Ausweichmöglichkeiten, glaube ich, und nur einen von gleichzeitig angreifen. So, ich glaube, die regeln das schon auf ihrer Seite. Ja, aber du willst ja was, was draufhaut oder nicht halt. Berserker wäre perfekt gewesen, du warst einfach nur nicht zufrieden, weil du diese Idee im Kopf hattest, dass das voll geil wird. So. Und Berserker war einfach das, was du wolltest, ein kleines Mädchen, was einfach alles kaputt haut. Das ist ein Kind, also kriegst du ein Kinderschild. Ein Kinderteller, also gibt es noch ein Kinderschild. Woh, woh, woh. Woh. Woh, woh. Woh, woh. 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 so jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen aufbauen weil sie es schafft wird sind die knalle bestimmt ja mal den wegballern wie gesagt wenn wir irgendwann kohle haben und zu viele sekundäre siegel irgendwie dann kannst du gerne nochmal umskillen aber dann müssen wir erstmal unsere kohle beisammen behalten so es wird langsam zum griff hier alles Aber das Schwert war gut für mich Schwert, ne? Okay, da ist er nicht mal angegriffen, ganz irgendwie, ne? Oh, okay. Ist er jetzt eigentlich wirklich Bogen oder kann doch noch was anderes? Okay, die greifen automatisch an, das finde ich gut. Der ist. Ich werde nur ein Drache verfüttert. Okay. 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 Ähm. So, oh ne. Ich werde nicht mehr mit den Links kommen. Warte, ich werde ja nicht mit dem Gehen. Ja, aber jetzt, jetzt darfst du mit Lanze kämpfen. Ist der Held mit der Lanze? Wir brauchen irgendwie Items. Eigentlich. Naja, sie hält jetzt einfach mehr aus, ne? Das ist natürlich der Unterschied jetzt, dass sie vorher halt wahrscheinlich ein bisschen schlecht auf der Brust war. Leicht, leicht, leicht schwer. Das ist ja noch so ausreichend, aber 92% frech. Aber da möchte ich echt kein Geld, ne? Ich kriege ja kaum Kohle. Ich kann nur Items sammeln und hoffen, dass ich daraus Geld machen kann. Und ihre Heilung ist aus. Ohnein Schlaf. Und ihre Heilung ist aus. Ohnein Schlaf. Ist doch krass, was wenn sie einfach richtig sauber wird. Ah, weil es ein Training war? Ah, okay. 4.000 Belohnungen. Okay, das ist schon mal ein bisschen Geld. Wir brauchen noch mehr Kohle. Wir brauchen ein bisschen Warfong. Wir brauchen Damage. Wir brauchen immer Damage. Ein paar, die müssen was aushalten. Und sonst brauchen wir Damage. 2 Bohnen. 2 Bohnen. 2 Bohnen. 2 Bohnen. 2 Bohnen. 2 Bohnen. 3 Bohnen. 3 Bohnen. 3 Bohnen. 3 Bohnen. 3 Bohnen. 4 Bohnen. 3 Bohnen. 4 Bohnen. 4 Bohnen. 4 Bohnen. 5 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 Bohnen. Ritter, wir haben Lanzenritter, wir haben General, wir haben Erzritter, wir haben Achskill-Rittmeister, wir haben Weibernritter, wir können auch erfahren, vielleicht, warte, ne geht nicht, ne, ja, was willst du für einen Charakter haben, was soll der können, was stellt sie dir darunter vor, dann mach ich erstmal was Nützliches und level irgendwie anderen noch in der Zeit, so, so, der hat schon, der hat schon, die hat auch schon, so, die kann jetzt mit 21, die haben wir, 13 Lord, äh, äh, okay, wusch und bär machen, okay, mit, 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 aber mit, denkst du jetzt so haben, so, 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 ja, dann kann ich auch noch was anfangen ich hab Lanzen zwar einfach nicht dafür ausgelegt, ne, Lanzen, Dings, Hilde Bardia vielleicht, was sieht auch aus, ob den Schild hat, das ist schwierig hier dran, weil der Rest alles stark gepanzert hat, die sind alle so drauf offen, wo General, General vielleicht, also hast du halt, ich weiß nicht, ob du ein größeres Schild hast, weil du so ein Kind bist, aber, starke Panzer, da können wir in dem hohen Flaschen auch enormer Angriffskraft verfügen, und der kriegt halt Stärkeboni, Abwehr halt etwas so, äh, Abwehr definitiv runter, aber, also General, ja, General Anna, okay, jetzt hat es jetzt eher, aber die sieht zum Beispiel auch cool aus, war doch eine gute Wahl, wie sieht man da was richtigen aus hier? dann kriegst du jetzt noch die hier, so, und jetzt schon sehen, was jetzt machen wir denn noch eine Verzauberung drauf, vielleicht würde ich noch ein bisschen mehr Geld, ne? so, jetzt mach ich gleich Busch und dann, also Omni, was sagst du vom Aussehen her? die sehen doch cool aus Wollte ich gerade sagen, das ist, das ist doch so ein gutes, ein gutes Ding, so eine Eisen in Russland hast du jetzt, dann haben wir da noch Dings drauf, aber im Moment gar nichts, ne? das ist ein Großachs, achso, benutzt er gar nicht, dann kannst du den haben, so, okay, jetzt holen wir, machen wir nochmal eine Mission, weil ich brauche noch mehr Geld, wahrscheinlich wollen wir noch einen Upgrade, ne? also im General haben wir schon, ne? jetzt sind sie jetzt natürlich nicht weiter, aber die ist halt irgendwie überflüssig, ich nehme den hier mit, ich nehme den lieber noch einen guten Ring, dann haben wir nochmal ne Nebenmission hier, so, zur Weltkarte, dann gucken wir mal, es ist schon Basislevel 4, ne? Eisen im Stahl, ja Goldener verzehrter heißt es, dass es da Holz gibt, das ist klar wird erstmal alles besser und danach machen wir dann die geschichte weiter so wieder diese unnötig weil die kein heil spruch mehr über den händlichen mit Okay, come on. Die sieht cool aus, glaube ich, ne? Wer auch zu fliegen? Na, die lebt mit einem. So, nun wir erstmal den hier. Achso, da muss ich meinen wegballern, ne? Den kann ich nicht treffen. So. Na, da komme ich nicht ran. Da kann er aber zurückschlagen. Ne, kann er nicht. Das ist ein Goldner, ne? Oh, der hat Geld dabei. Der wird abgeschossen. Ne. 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 er bringt doch mal upgraden da kriegt er anscheinend auf den nächsten der nächsten fähigkeiten kann er leben regenerieren ohne die emblem hat sie kaum noch schaden sollte vielleicht mal ein zwei neuen büchern geben deshalb naja es war richtig skandale machen nein ich will es nicht machen das hat noch keinen krit gemacht das heißt krit schaden sehen wir noch aber hat wenig schaden genommen genau Nein, wollte ich nicht mal, ist gut. So, bleibt nur noch sie hier, ne? Die müssen wir nach hinten stellen. So, ich muss aber daran denken, dass ich die Magieren echt ausrüste mit dem neuen Kram. Es war eine donc, Isaac. Das war's für heute. Oh, der Rogen trinkt das auf. ja 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 läuft nicht schlecht wie ich sagen kann ich so mit arbeiten aber das ist ein bisschen zu krass, ne, will ich das mal so holen die 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 mal unser schild noch die länder punkte abgrasen das auch noch ausrüstern so das sollte helfen ich übertreibe ein bisschen halten also wir wissen wie viele alleine kaputt recht erscheint schon krass drauf zu sein ich muss jetzt ein bisschen zurückziehen hier ein bisschen eng für die leute hier ist jetzt erstmal den drachen und chillt ein bisschen ja 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 kann ja komm er schafft das so stärkste veteran hier das ist schlecht doch nicht so schlecht das ist doch alles sehr locker aus hier ja wir müssen die mal austesten hier was sie kann das war's ja vorsichtshalber ich glaube wir gehen trotzdem mit dem ding zum schwert 75 schaden um die mit kritz wird irgend so ein super schutzschild um sich herum das ist aber und gehen wir von aus so sagen wir noch mal schnell ein paar gegenstände ein wenn dessen unsere kriegskasse hier ein bisschen zu füllen voll fies ja gut gemacht kann man nichts sagen um ab 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 so ein bisschen glitzer glitzer hier ist ein adler mitnehmen das ist eine möwe maximal so wie du dich anhörst ruiert war okay okay wir sind schwächlich dann noch mal jetzt noch die beiden hier das kannst du entscheiden eine tod oder oder verstümmelung das ist eine gute Frage Ich weiß nicht, was ich nicht wissen. Ich möchte noch ein bisschen sprechen. Kann ich euch erzählen? Was ich? Natürlich, wenn ich nicht zu sprechen, was ich nicht zu sprechen, aber... Oh... Before we get to meet the new people, we were able to travel to the new world, and we were able to travel a long time ago. I had to die. I wanted to think of that. Was it so bad for you before? No, there were a lot of people who hate me before, so I might have to be strong for that reason. But, I like what you're doing now. So, it's very fun. So, so, that was great. I've been able to know a little bit about Yunaka. Please tell me again. Yes. So, now, it's really nice. So, now we have a new book for Selene, for Selene. Sonst is she completely nutzlos. Okay, so, okay. this is all over. Okay, I'm going to go ahead and get out of it. Okay, so, so, okay tiki ist mir ziemlich egal so jetzt nochmals haben wir ja jetzt doch mal ein dings hierher kommen jetzt machen wir den typen hier zu drohen erde jetzt würde ich gerne zum berserker machen wer seine fähigkeit nicht so stark ach da kriegt er das noch statt euch so schlechte leuchten schlapp gewertet aufgewertet haben das weg hier konnte schwert auf bs das kann sie benutzen ja so ist sie aber noch mal diese bücher hier das muss ich jetzt machen und sie konnte jetzt nichts mehr machen was sie noch nicht mehr attacken hat sonst würde ich nicht später um switchen oder sie mit 21 ok ok jetzt werde ich jetzt gleich noch mal ihre waffen abgeben oder einfach neue vielleicht geben was hast du denn hier so für für kram für mich hier ach so ich muss mal zum anderen typen darüber gehen das blitzschild ist ganz cool aber es macht zu wenig schaden dann war ich mir das donnerschwert zum fernkampf kann im schnitt da so zum zermen wasser machen ach so ich kann wahrscheinlich gar nichts ändern weil ich maß gar nicht habe das ist das ist tragisch netzzy so machen wir erstmal nächste mission hier spielt auch tarzan freiwillig ich brauche ich mich jetzt an diese nebenmission hier an ich speichere mal aber lass mir lass mir die chance ach ach zu passen ach das ding ah ok ich lass mir aber die chance dass ich das neu lade falls es zu krass ist weil level 19 ist schon glaube ich eine hausmarke für mein level so ich mach mal ganz kurz 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 ah das k das kreue ich mir kurz an das kreue ich mir kurz an Ich regiere immer. Aber ich kann mich erinnern, dass es nervig war mit denen in der Welt. Ich kann mich nicht mehr auswilden, sondern einige Arschreien. Ich kann mich nicht mehr auswilden, dass mein Lieblingsw Hof nicht wirklich erwartet. Ich werde da etwas schnell in die Zeit gekommen sind. Ich fühle mich an ihn an. Ich kann mich nicht sehr aufhören. Ich werde mich mit ihnen aggressivieren. Ich fühle mich an. Okay. Okay, ich kann echt wenig einhalten mit, ne? Axt, Schwert, wir brauchen eine Anna, die ist guter Support. Okay, warte, ich mach's erstmal. Ich glaube ja, ich glaube, ich muss mir gleich ein neues geben, mal eben, nur kurz mal AFK. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 kann ich doch nicht reingehen für sie nichts hatten aber level 1 berserker was sind wir brauchen gegen axt von geschwerte ok ich bin das beunruhigend dass in der mitte so viel gelbe punkte liegen von gefallenen einheiten das ding bringt dich um bevor du was machen kannst also magisch das ist ein echt krass gelevelt da muss ich echt aufpassen die haben so ein hohes level die dinge ja aber die zu krass gegen uns sind eigentlich das ist ja mit level 19 das heißt eigentlich glaube ich level 10 oder oder eben dann schon die erweiterte form 1000 gold er wird gleich rausgehauen wieder es wird besser messia es wird besser ja 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 ich mach zwei schaden okay das wird interessant also achts ist auch noch gut gegen den war der maus anders 0 schaden ok ok krasse typ ist er der wird 29 schanzen bei der will fast umbringe euch mal lieber muss dings machen ich blockieren hier also gut ist dass sie so viel ausweichen haben wir den fall rasieren ja gut die treffen ja kaum ich hab so viel und so viel ausweichen deswegen mache ich ja also das hier geht das schon wieder aber ich glaube ich das meine ich eben der der das würde passen und das passt auch nur weil wir die drachten vor dem tiki haben wir uns ein problem okay sie kann ab da angreifen ich gebe bald noch mal eine normale lanze und weil die lanze die sie hat kann ja automatisch begreift er als letztes an dass dieses schmettern hat ich muss noch mal so stahl anzugeben und sich damit auch schnell angreifen kann 1000 so glaube ich dass ich das überlebe ich hoffe schon maximalen position und dann hoffe ich mal dass ich den einen einen angriff überlebe als drache so Was ist passiert? Okay, die bringt mich um. Also wird erstmal ein bisschen Fernkampf hier gemacht. Shit. Okay, Anna, Anna kriegt sie einmal down. Oh, er kriegt einen Lied zurück, angreift mich tot. Okay. 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 so kommen wir auf jeden fall an geld kommt immer ein bisschen geld oder plötzlich der dämonen drache wieder übernimmt so level 10 fand ich ganz schön niedrig halt aber jetzt verstehe ich warum war geht noch weiter tiki hat ja schon level 20 weil ich mich schon am wundern aber so noch ein bisschen boom boom hier 24 eisenbarren den rutsch verkaufen könnte haben sie geld für mich warum sind wir so arm zu arm zu arm so also wird es mir denn als emblem zurück so um die das du brauchst euch tiki ist sehr klar du wirst am ende zehn glück kriegen und zehn kp so aber ich glaube obni ist gerade afk und so ich nehme auch jetzt mit ihr mal irgendeiner kämpfer so tiki wechseln wächst sich jetzt mal so oder denn ich finde jetzt die die dings brauchen fernkampf so und ich nehme jetzt hier sind an mich so er kriegt hier irgend so einen coolen ring hier irgendwas so dies das sage ich mal noch ein paar bande hier freischalten haben wir ein paar punkte jetzt mal raus hier also natürlich noch ein waffen upgraden hier naja wofür schon folgt wofür gibt mir nur diese ein kristall und die bräuche nicht mehr eigentlich ja ich schon durch muss noch dings was geben hier also anscheinend ja ich musste noch eine andere lanze geben denn normale halt einfach damit im zweifelsfall einfach noch zuerst angreifen kann sie zwar nicht so stark die müssen jetzt komplett upgraden dafür brauchen wir geld deswegen sind wir da so ein bisschen immer abhängig davon dass wir mehr kohle kriegen das ist halt nicht wo ich am schnellsten geld fahren kann deswegen bin ich da so ein bisschen ja mal gucken charaktere die wir nicht haben wir erstmal abgezogen hab ich das hier weggesmissen naja da wird erstmal kriegskasse gemacht das weiß ich auch nicht der ist mir ein bisschen zu negativ hier aber die könnte vielleicht noch ein dings kriegen noch sondern vielleicht jetzt immer noch ein heilstab gehabt so dann würde sie vielleicht schon ein bisschen wieder sinn machen ok das stimmt eigentlich so etwas erhöht aber anscheinend nicht für uns stahl und hast du stahlbogen was hat würmgott mir eigentlich gebracht hier treffer der rotz treffer der rotz kaum klassenwechsel hier kein drachenkind mehr sein abwehr mehr abwehr weniger leben mehr glück ich hab ganz viel stecke ich auch schon mega mehr abwehr kritische abwehr, kaum mehr mehr. will nicht mehr drachen gott sein. ich bin einfach ein schwertkämpfer. kamotten sahen voll cool aus. aber damit kann ich umgehen. hauptsache ich mache ein bisschen mehr damage. so jetzt haben wir das hier doppelt. das ist natürlich geil, dass wir jetzt viel geschicklichkeit haben. das heißt wir können jetzt mit tiki auch zweimal angreifen. er braucht hier, wir müssen uns noch ein paar ringe bauen. dann gehen wir mal in die nächste mission hier rein. wir haben ja nicht mehr so viele möglichkeiten. ich nehme einfach von lucina die ganzen ringe mit und gut ist. ja, das weiß ich auch nicht. oh man, ich hätte... achso, das war so richtig. ich hätte tiki jetzt weggenommen, ja. und zwar, ich habe jetzt ja sie, damit ich mit geschicklichkeit mehr arbeiten kann. so tiki ist jetzt drüben bei ihr. ne warte, bei ivy. gott ist ja dreckig. mit dem blut meiner gegner getränkt. so lucina ist bei anna. so ebelgard ist bei. bei ihr. bei ihr. gott, ich habe die schon lange nicht mehr gemacht. so das war's. jetzt müssen wir erstmal hier ein paar ringe machen. durch china. durch china. oder was? also das dingsen. ja ja. jetzt weiß ich was du meinst. so viel bandbundenergie hier. achso, hupst mal. gleich noch, wenn sie sich noch verbinden. so, noch einmal. und dann vermischen wir die mal alle. hoffen wir, dass uns geiles rauskommt. so, verschmelzen. das ist, wer ist da? ja. ningo. so, fähigkeiten erben. was kann eigentlich er hier noch von links erben? hallo, 20 prozent mehr xp. hallöchen. so, sie braucht auf jeden fall noch von ihr. ja. shit, ich habe gar nicht genug punkte für das. was soll denn die ganzen alle nicht machen? hallöchen. so. so. ne, weil wir ja das dann, achso. weil wir, ähm, dieses emblem ja nicht haben mehr. das heißt, wir können es erst machen, wenn das wieder da ist. das heißt, wir müssen so lange warten, bis die wieder da sind. ja, sieht so fancy aus, ne? war das auf deine pakete, was meinst du? oder welche pakete erwartest du? ja, definitiv. was heißt das? was sind göttliche kapitel? ja, seit donnerstag schon. achso. ja, ja, um die. ach, geh jetzt noch weiter? noch mehr embleme, um die. okay. so, erzählt mal Norden, Osten oder Süden. ich gucke erstmal, welches Level die an haben. ja, okay, wir haben noch ein paar Missionen hier. okay, Fragezeichen, 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 das ist schon mal geil. okay, damit kann ich mir ganz viel darunter vorstellen. ja, okay, dann gehen wir mal da so. ich spreche nun wieder vor. ne, ne, Story ist noch nicht fertig, aber ich dachte, wir machen erstmal so ein, zwei Missionen. und check mal unsere Charaktere ab. wie der Inhalt ist irgendwann nicht verfügbar deswegen, weil sie gar nicht weiterspielen kannst. das ist ja rotz. natürlich, das ist doch noch nicht fertig, ich wollte einfach nur noch eine extra Mission machen für ein bisschen Knete. ja gut, dann gehen wir hier durch. dann können wir doch noch die normale Mission machen. allerdings habe ich auch gedacht, auch gerade können wir noch ein paar, können wir noch ein paar Embleme freischalten. so, aus Frost muss ich jetzt eh meine Waffe abreden. um die willst du diese lanze hier haben, eine komische lanze. die hat aber weniger Kräfferchance. für die Eisengroßlanze, ne. die gibt es auch in anderer Form. ach, das ist, das ist so eine Omni, eine die Fernkampfchance hat. würdest du die aber lieber auf der, auf der schnellen Lanze haben, auf der langsamen. du hast halt eine Lanze mit der Kräfferchance als letztes an, damit schmetterst du die Leute aber weg und du hast eine die schnell angreift, aber ja. das ist eine feuerlanze. sehr normale Mission machen, ja. wie gut ich mich um Omnis Charakter kümmere, ne. so. okay, jetzt machen wir mal weiter mit, äh. da wir wieder so. so. es ist sehr sandig. ich liebe sand. wenn sie schmelzt gleich, muss sie retten. so. Omni Blutwunderer sagst du dazu. so. 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 Das stimmt. Das stimmt. Eine Keule. Eine Keule, Katzen, Eule, Keule. Das stimmt. Wenn Ivy nicht der beste Charakter auf der Welt ist, den Hut noch weglassen, aber dann... Das stimmt. Ich folge dem nicht. Lieber sterbe ich in der Wüste. Okay. Okay. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Oh Gott. Das stimmt. 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 Ich meine, wenn Leute zu da in der Wüste waren, verbrennt ihnen ein bisschen das Gehirn. Ja, aber... Also hier hat ein Schwert, Axt, hier ist noch ein Schwert. Oh nein! Was ist ein Schwert? Das war's für heute. Akzeptiert. Ja, ist noch nicht bekannt, wann die nächsten DLCs kommen, aber es sind definitiv weitere geplant, also das wird auch dieses Erweiterungspack, was ich gekauft habe, bestätigt das quasi auch. Es sind, glaube ich, drei große D-Z-Pakete geplant oder mit Story-Elementen und Emblem und so weiter. Ich habe hier die 2F hier, ne? Drei F hier. Das ist eine große D-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Stark. Das ist eine große D-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Das ist eine große D-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Das ist eine große D-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Das ist eine große D-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Das ist eine große D-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z. Joa, so soll die mal machen, jo. Jetzt erstmal ein paar Dings einsammeln. Erstmal ein bisschen Kram einsammeln hier und meine beiden zwei, drei Charaktere machen das dann schon fertig. So, es sei noch nicht bekannt was alles kommt Omni, aber definitiv neue Sachen haben wir geplant. Besonders weil das so wie es aussieht auch hat eine sehr gute Bewertung bekommen und hat sehr gut abgeschnitten was das angeht. Das heißt, da wird definitiv noch was kommen, einfach wenn es erfolgreich ist. Das heißt, da wird das Kram einsammeln. Das heißt, da wird das Kram einsammeln. So. und das spiegel fertig warum interessant dass das eigentlich genau so welche sachen sind sollte nicht verlangen weil ich relativ überrascht okay wird sich nicht die unerwartet das ist noch einer aber das so natürlich ist es schon Ich habe dann einen Donner-Swert bekommen. Ja, das stimmt. Ja, Level. Okay, der Kampf war ja sehr einfach. Ich muss nicht mehr die Embleme zücken. Ich muss nicht viel Geld in das blöde Ding investieren. Aber ich hasse die Wüste eh. Kann ich mich einfach auslassen? Du bist ein Hund, okay? Das ist ein Feuerspiel. Das ist ein Feuerspiel. Ich wollte es nur gesagt haben. Meister-Siege? Das ist ein Feuerspiel. 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 Aber ich dachte, Solm war ein bisschen stärker, aber ich dachte, dass ich die Strecke und Zephoria nicht so gut bin. Aber ich glaube, dass ich die Strecke und Zephoria nicht so gut bin. Solm war eine Frau von Zephoria, aber ich habe auch meine Mutter und ich habe auch die Frau von Zephoria gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass ich nicht gesehen habe. Der Typ, der da rumhüpft, also 100% Der Typ, der Typ, der da rumhüpft. Die Typen sind da einfach nur ganz locker drauf. Der Typ, der Typ, der da rumhüpft. 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 Äh, nein habt ihr nicht. Der Typ, der da rumhüpft. Der Typ, der da rumhüpft. Der Typ, der da rumhüpft. Der Typ, der rumhüpft. Der rumhüpft, der rumhüpft. Der rumhüpft. Oh? Okay. Oh, das stimmt. Ich habe nicht mehr geblieben, aber... Wenn die neue Handeln für die neue Handeln... Hey, hey, Bail, wann du mich nicht mitbekommen? Ich hoffe, dass ich hier bin! Ich bin der froh, aber wenn ich mich nicht mit der Handeln... Kann auch nicht sein, dass der Akku leer ist, dass der sie überfordert ist. Du hast nur allerdings an, du hast nur den Stream an, oder? Einfach so zu meinen Ahnen, wie er sich gerne annehmen und da nochmal durchlaufen lassen, weil er weiß. Guck mal, ob du vielleicht den auch noch aktualisieren musst. Okay. 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 Good. Okay. Hallo. ja bis drei jahre ist noch zu jung. in der normalen Seite. Nein, da kann man es so machen. Oha. Abgezogen, der Buch. Abgezogen. Okay, das ist schon gut. Okay. 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 jetzt hört sich er kann auch mehr kaufen jetzt noch mal upgraden gehen und waffen sagt mir die karte krafttraining das ist ein tauschen ach das ja okay eigentlich alte waffen jetzt auseinander bauen wieder und sagen hier kann ich auch nicht irgendwie auseinander bauen oder so was den kram wiederholen so was haben wir hier also eisenschwert stahlschwert ist das also der typ ich habe kein silber mehr gar kein silber 800 und den ist okay okay kann ein bisschen eintauschen moment was habe ich gerade getan ich will metall herstellen welches metall anbieten das hier okay das habe ich umgekehrt gemacht was sie machen wir davon aus dem silber da finden wir stahl ok dass man das hier das so dann nennen wir noch um dies land sicher um die auch zufrieden ist starks haben wir schon ein silberschwert so ok jetzt kann man auch speichern kann ich mal weitermachen hier so machen wir eben kapitel 13 hier mal aktualisieren so so an die mission so 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 neue prüfung machen ich würde sagen ja da gab es geld so mehr da ich gerade länder ich habe gerade länder und dinks knutschkugel knutschkugel 何て素敵な風景なのかしら 確かに素晴らしい風景ですね それに風がとても心地よいです 気に入ってくれて嬉しいわ ここが本当の故郷ってわけじゃないけど 日が昇ったら目を覚まして 家畜たちの世話をする そして狩りで獲物を捕まえ 日が落ちたら眠りにつく 私はそんな毎日を続けていたの でもそれが永遠に続くことはなかったわ 一体何が起きたのですか 私の部族 ロル家族は山賊に襲われて 大勢の人が殺されてしまったの 卑劣な手段だったわ 飲み水に毒を混ぜられ 混乱しているところを続いて 一気に そんな大変なことが ええ でも 草原は母なる大地 いつも私たちを見守り 恵みを与えてくれる 辛い思い出もあるけれど 大好きな場所だわ それにしても こんなどっ ねえ 剣を構えて 大草原で鍛えた力 あなたに見せてあげるわ わかりました ですが 簡単にはやられませんよ この旅の中で 私も様々な苦難を乗り越えてきたんですから きっと この戦いで 私たちの絆はより強くなる だから 手加減なんかしたら 承知しないわよ OK 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 私たちが非常に多くの人に持っている 何か 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 die mal der genau ausmutzung mehr alle abgezogen nicht immer ganz schön wenig sperren naja machen wir schon ok drei gruppen an einheiten das haben wir hier oben stehen also position ändern also axt schwert blau ist eigentlich nicht schlecht bogen und jetzt eindeutig zu wenig noch ein schwert mit rein und nach denen nehmen wir noch mit rein mal speichern hier ich stütze mich auf dich sprung gegen das andere ganz schön ja 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 Gute Nacht mein Schatz, schlacht mit 3 was schönes und Dankeschön. Jetzt wollen wir mal gucken hier, dass wir die eine Runde mal laufen lassen, ich denke wir können schon ein bisschen aktiver sein, ja mein Schatz, Schatzi, wir schaffen einen Weiferschluss, so, okay, Schatzi, jetzt in Zeit, oh, wieder so einer, ne, ganz genau, wenn ich da hingehe, treffe ich gar keinen noch, die eigentlich schon hier für ein Level, achso, das ist ein Vivernritter, also nicht in die zweite Stufe, okay, jetzt brechen wir die erstmal, wir lieben Bruch, Bruchzwerge, jetzt start, wir sehen uns immer, Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, wir sind wieder so überlevelt hier. Das war's für heute. 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 So... So... Okay, Nasty. Okay, warte mal. Das ist jetzt noch ein Gegner. Den kriegen wir. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, okay. Okay, will ich schaffen. Warte, sie werden umgebracht. Das war's für heute. Nasty hat's gesehen. Ich konnte irgendwas machen. Okay, warte. Okay, warte. Okay, warte. Erstmal gucken wir den mal an. Dann würde ich auf jeden aufpassen, der ein Ding hat, ne? Ich seh, ich seh, da kann ich gleich ganz viele angreifen, nur drei Leute. Ich wollte mal auf jeden aufpassen, der ein Ding hat, ne? Ich wollte erst mal ankommen, weil er so näher ist, da kann ich gleich ganz viel Angreifen, drei Leute. der muss einfach auch weg irgendwann weil da sind noch mehr von denen ok das ding ist sofort roter keine chance 147 crit damage ja ok der wo ist die alt? die ist hier ne? 48, ich nehme nicht alleine tot hier aber der dann nervt hier ich nicht zufalt der muss der muss eigentlich weg er kommt bei meiner richtung hier Kollegen und Kolleginnen und so war drach ist ganz cool da kann es hier rüberschweben ich frage jetzt ob die eine dann gleich kommen wenn ich den jetzt klapp mache so dann könnte ich nicht auf jeden fall den links gebrauchen dann lassen wir sie erstmal hier stehen sooo was haben wir hier also die muss erstmal heilen sich selbst wir schlechen uns hier an den anderen typen da dran ja süß 18 prozent trefferwahrscheinlichkeit mehr wollen nicht kommen und dann kommen wir die erstmal wieder zurück die sammeln hier oben auch schön gegenstände eisenaxt sehr schön ok Ja gut, wir warten jetzt erstmal hier, bis der Rest vom Trupp irgendwie da ist. Das scheint überschaubar zu sein. Aua, getroffen, Nessie getroffen. Die Wunde wird es nicht schaffen, vielleicht den hier noch mitnehmen. Lanze, rette mich. So, die haben wir da, also die beiden müssen den da oben noch killen. Achso, er kann sich nicht mehr bewegen, ne? Er kann aber sich noch bewegen. Macht ihr 23 Schaden mit so einem dünnen Feuerball? Ich dachte das voll so ein Noob, halt, da nichts kann. Geht auch ein bisschen mehr. Oh nein, da sind ihr ihre Lanzen verloren. Oh oh. Nein, lass mir die Ruhe. Oh Gott, hier ist so eine hohe Reichweite. Okay, zurückziehen, zurückziehen Leute, alle zurückziehen. Jeder, der einen Bogen hat, muss definitiv zurückgehen. Äh, der fliegt. Ey, die rasiert uns mal da hinten. Selbst da hinten, da trifft sie mich. Wenn sie sich bewegt, trifft sie mich wieder. Okay, ich muss irgendwie einen Köder hinstellen, ne? Mit Glück schnappt sie sich den Köder hier. Und voll viel Schaden, ich muss echt aufpassen bei denen. Sie führt jetzt eigentlich hin, ne, mit der anderen. Aber ich muss eigentlich unten zu der komischen hin und die umbringen. Ich glaube, sonst rasiert die gleich mit dem ganzen Druck hier. Das Ding macht ja nicht viel Schaden, das klingt ja so kaputt. Oh Gott. Oh Gott, sie hat den Köder geschluckt. Auf der weise und die Projekte. Okay, ok, ok. Okay, jetzt wirds richtig kritisch hier. Okay, ok, ok. gut dass ich noch nicht zurück gespielt habe ok er muss nach vorne töten irgendwie okay wir müssen alles zusammenziehen wir müssen jetzt kämpfen wir müssen jetzt irgendwie von der gleichzeitig abzuhauen ich kann alles zurückspulen wenn ich jetzt das weiß wenn ich zu nahe komme dass dann plötzlich alles den ganzen links ich gehe runter und töte sie jetzt okay Okay, das ist erstmal gut. Gucken, was jetzt passiert. Okay, ich muss laden, beziehungsweise ich muss ganz viel zurückspulen. Und sonst wird Omni mich hassen für immer. Gut, dass ich es vorhin nicht benutzt habe. So. Ja, an welchem Punkt ist es jetzt kritisch halten, ist die Frage. Ich würde sagen, ab dem Punkt hier, ne? Bevor ich die da platt gemacht habe, okay, also erstmal müssen die hier sofort nach oben hin. Es kann aus zwei, aus ein paar Zeiten kommen ganz, ganz viele Gegner raushalten und wir müssen jetzt irgendwie vielleicht versuchen hier. Also wir versuchen sofort denen entgegen zu gehen, um der einzeln kommen. Das ist erstmal okay für die erste Runde. Ne, der erste Runde ist glaube ich okay so. Also hier unten kann er auch gleich noch heilen. So, ich muss erstmal richtig können positionieren hier, damit ich vielleicht die ganzen Gegner hier umbringen kann wie kommen. So, ich muss erstmal richtig können positionieren hier, damit ich vielleicht die ganzen Gegner hier umbringen kann wie kommen. So, ich kann nämlich schon übertreffen. Also jetzt gehen wir erstmal mit der da hin. Nein, schon mal, aber ich gucke erstmal was die andere machen kann hier, die Drachenritterin. Okay, weil wir auch nie das gesehen hätten, weil ich Anna umgebracht habe. Nicht absichtlich, aber... Oh Gott sei Dank, wer das nicht mitbekommen hat. Hab ich ja gesagt. Ich war nicht absichtlich, es wurde mir eine böse Falle gestellt. Du siehst gleich was passiert ist. So, weil sobald ich nicht einen bestimmten Gegner getötet habe, ist er nicht plötzlich ausgerastet und hat alle umgebracht. Das ist der hier, den muss ich töten, dann kommen die anderen, ne. Ergo heißt das, wenn ich jetzt zu ihr hingehen würde und sie töten würde schnell, könnte ich sie umbringen, oder? Wo geht die lang? Geht die da oben lang? Geht die da hin lang? Ich muss wieder hier einen Köder hinstellen. Weil sobald ich nämlich den hier getötet habe, ja, und das war Anna alleine, kam hier fünf Leute raus und hier kamen auch fünf Leute raus. Und dann war halt Party is over. Mal gucken, in welche Richtung die jetzt läuft. Ich muss noch weiter weg. Wenn der nach oben läuft, habe ich Glück, dann kann ich dir, weil ich kann, ich muss, ne, ich muss von dem hier weg. Ich darf ihn nicht umbringen. So. Den kann ich noch dahin stehen lassen, der würde vielleicht sogar noch einen Angriff abhalten. Erstmal ihren Special rausbaten. Also die am besten nicht hier. Weil ich dachte, das ist so einfach mit der halt, das war kein Problem. Und dann plötzlich rastet sie auf und töntet alle. Okay, die geht da weiter. Okay, sie hat zum Glück ihn wieder anvisiert. Okay, wenn sie ihre erste Attacke macht, kommen die raus, verstehe. Jetzt bin ich besser vorbereitet. ! Das ist Ausgefaissez? O. Ach so. Er sicher. Ja. es war geordnet deswegen habe ich auch meine meine eine sterben lassen weil ich mir sicher war es vielleicht irgendwas passieren könnte aber deswegen zum glück mein links verbraucht sind die randmann drachen die würde ich verschmerzen wenn die sterben würden sie hier nicht so sehr ich brauche irgendwie einen der näher herangeht an den tropter ja ich bin ich bin auch nicht durch halt sie kommt aber näher das ist gut das kann ich sie vielleicht doch sofort töten ja ja das sieht ganz schön cool aus mit dem dinge ja 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 Ich wollte einfach noch eine Runde mehr. Kann ich auch nicht mehr herangehen als Drache und bleibe ich lieber weg. Weil damit schießt sie mich definitiv mit einem Schuss weg. Die stelle ich ganz hinten hin. Die kriegen sie jetzt hin. Ich muss einen Schlag aushalten und ich muss ihren Schlag aushalten. Oh shit. Okay. So. 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 Okay, ich habe meinen Tank verloren Omni, ich habe meinen Tank verloren, aber ich wollte nicht zurückspulen, weil ich mir, weil ich gedacht habe, falls noch irgendwas passiert, dann habe ich ein Problem. Ja, es lebt Anna noch, ja. Die eine ist gestorben, die blonde, mit dem großen Schild, weil die ist vorher gestorben und da habe ich gesagt, zwei Runden, drei Runden vorher, da habe ich so, ne, das war noch relativ früh im Kampf, wenn jetzt noch was passiert, jetzt kann ich nicht mehr zurück spielen, deswegen. Hieß sie so? Ja, genau die. Deswegen Tote, zwei. Ja, wir konnten Anna retten, immerhin. Genau. Ja, das war. Das ist wirklich wichtig. Oh. Ich habe mich, dass ich zwei Leute zusammenge prise, und ich bin, dass ich sie, auch wenn ich sie, die Kraft zu haben oder sie kämpfe, haben sie zu tun. Ich weiß nicht, dass ich das, dass ich die Kraft zu glauben und Ich weiß nicht, dass ich sie zu mir, dass ich sie zu tun, dass ich sie zu tun, dass ich sie zu tun. Das war's für mich. das war schon wieder ganz schön so jetzt machen wir die stadt rein und dann würde ich sagen wir ja auch schluss für heute das heißt fünf stunden rum morgen früh um neuneinhalb zehn geht es hier weiter würde ich mal so sagen so hat sie die eisenbahnen so wie ich das sehen hier was los also dass sie warum der sie warum was so aber aber warum denn ist sie was denn los du bist du sonst bist du sonst nicht so ja nicht das halte wort also ok so verstehe verstehe so was für ein tier ist da hinten noch können wir das für uns gebrauchen will ich das haben wenn du nach stadt noch eine upgrades gucken ne nicht doof also da sind sie ganz schön fancy aus muss ich echt sagen mann an sie juckt der verdammte bad einfach bad ab fertig also schwertmeister gefällt mir auf jeden fall auf dem hau-charakter und das macht sie schon sehr sehr gut wofi führt immer die gruppe an was hat sie jetzt noch für spezels geschwindigkeit geschwindigkeit ist natürlich gut echt so haben wir schon wieder irgendwelche sachen eingesammelt mit ihr und die ich betecken kann erstmal embleme nochmal nachchecken er kriegt es auch noch irgendwas hier ganz viel von definieren wir jetzt beigeschaltet einiges noch und den hier das ist das sind wir auch teile zusammen oder was also mal kristin mit hafen hier raus weil unsere ach so stark so richtig coole aha da bin ich mal gespannt um die kriegen wir etwas an allerdings zu sehen wenn andere im mode so aber wo an aber auch auf jeden fall noch mal so ein okay dann dann verstehe ich ein paar sachen hier rein um die bock den brauchen wir öfters so erscheint ich die eisenachs nicht irgendwie was damit machen kann ja um die bock finde ich schon gut wahrscheinlich wird es ja schon coole hat kriegschwert okay dann geht es ja und wir können keinen neuen Siegel kaufen. Gerne. Jetzt haben wir schon wieder einen verloren. Das ist jetzt schon wieder. Jetzt haben wir einen verloren. Wir geben zwei. Ne, eine mit Axt. Ich werde so lame werden. Ich warte echt, lieber ich noch einen Charakter kriege. So. Okay. Ich würde sagen, es passt erstmal. Silberschwert, Panzerbrecher, Schnitter. Ja, ihr Land ist schon krass genug. Eisen-Axt, Stahl-Axt. Ne, passt erstmal. Wir überhalten das Geld erstmal, bis wir ein bisschen sparen, bis wir ein neues Gebiet kommen. So, lol. Ich würde sagen... Okay, Pokemon United ist immer noch ein Thema. Ich sehe, ich sehe. So. 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 alles geupdatet, 2 Tote Kapitel 13 passt. Tschüss, gute Nacht, bis morgen.